Hoi Leute, ich möchte euch in einem kleinen musikalischen Aspekt zeigen, warum in letzter Zeit relativ oder gar nichts von mir kommt und woran es liegt. Musik ab! Ne überlängelndre Schalto zickt mal wieder richtig rum. Ich kann keine 15 Minuten oder höheres Videos klacken, das finde ich wirklich dumm. Mal sagt, es geht's, mal zur Hack nichts geht, so lang muss ich jetzt nen anderen Weg machen. Ich werd die Videos auf 15 Minuten runterschneiden, wir sehen uns beim nächsten Mal.